Ich hoffe die Tür ist hier offen. Gibt es hier noch irgendwo einen Schalter? Ist er weg? Was, 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 wohin? Wahrscheinlich so ein Alien-Tieh. Boah! Nicht, dass ich gleich wieder laufen muss. Steht er immer noch neben der Scheiß-Tür? Da hinten. Danke. Ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind ja immer noch hier. Wieso sind die immer an? Die haben vorher ausgemacht. Okay, die Tür dahin geht nicht. Wahrscheinlich geht er hin und fixet das wieder. Oh, ich hoffe, ich schaff's. Jetzt kann ich auch nicht mehr weglaufen. Oh, ich schaff's. Oh, ich schaff's. Oh, ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Oh, 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 ich schaff's. er sich ja den anderen müsste man auch abblinken offen neues ich hoffe dass nicht hier irgendwo scheint doch den lautsprecher hinten an machen was ist das für ein terminal sowieso gucken ordner fehlerhaft was das so dann reden sie doch am arsch jetzt haben wir wahrscheinlich bei vielen dann versuchen wir noch mal kann ich das hier nicht wechseln ich will es wechseln kann ich denn nicht nach unten wechseln das ist das hier rezeption funktioniert aber nicht kein zugriff nicht laut sprecher system beleuchtung keine beleuchtung ich muss doch nur von da nach da mir ist es ja nicht die sollen einfach mal da hingehen am besten alle beide das ding hat einfach so eine scheiß kurze reichweite besten an der schon mal hingegangen aber das nützt ja nichts ich muss ja da warte mal hier ist ein luftschacht ich idiot ich nicht gesehen also kann man auf jeden fall durch vielleicht vielleicht auch nicht teufel wer macht da ist ein luftschacht das heißt da vorne kann ich auch noch mal den luftschacht nehmen meine güte und ich wollte zu ablenken was ist das okay 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 Eigentlich würde man jetzt hier weiter gehen, aber... Das hört sich aber ein bisschen schwerer an. Scheiße, das ist über mir. Das geht weg. Boah, nicht, dass es hier gleich rauskommt. Heiliger Scheiße. Ich versuche einfach mal... Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja keine Schweißer... Das ist doch kacke. Was ist das denn da alles? Böse. Ja, und der steht da rum. Wenn ich gleich anfange zu würgen oder so, dann... Dann kann ich ja nicht. Ich muss also hier lang raus. Ja, wenn ich dieses Schleif-Schweiß-Ding hätte, ne? Habe ich's irgendwie verpeilt? Nein, das könnte man nicht. Oh, fuck. Wie soll das gehen? Das heißt, ich muss doch in diesen Scheißraum da hinten rein. Das heißt, ich muss auch in diesen Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif. Das heißt, ich muss auch in diesen Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Schleif-Sch